hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute gehen wir wieder mal meine flohmarktausbeute vom letzten flohmarkt letzte woche durch ich muss sagen ich habe mich ja ich bin mit wenig erwartung hingegangen wieso weshalb werdet ihr gleich hören oder habt ihr schon im thumbnail gesehen auf jeden fall bin ich mit wenig erwartung hingegangen und mit relativ dicken taschen nach hause also so kann das gerne immer laufen und ja ich würde mich super freuen wenn ihr schon mal einen daumen nach oben da lasst und ein abo das hilft mir und auch euch weil ihr keine tipps und tricks mehr verpasst ihr bekommt dann eine benachrichtigung dafür müsst ihr aber noch die glocke aktivieren wenn ihr das gemacht habt bekommt ihr eine kleine push nachricht wenn ein neues video rauskommt also macht das doch gleich gerne und dann würde ich sagen ja ich mache mir jetzt noch einen kaffee und bleibt auf jeden fall dran denn ich zeige euch noch einen kleinen tipp oder einen kleinen trick wie auch immer vielleicht kennen viele von euch schon aber ja wir vielleicht auch so ein bisschen ja ich sag mal schrottigen sachen die man jetzt schlecht bei ebay und so los bekommt vielleicht noch ein bisschen geld machen könnt bleibt einfach dran und ja wir sehen uns dann gleich wieder so ihr lieben dann wollen mein morgen kaffee und ich euch mal meine ausbeute vom letzten flohmarkt zeugen ja ich war auf dem wohl größten flohmarkt in lasst mich lügen braun braunschweig ja er war in braunschweig aber das soll wohl der größte flohmarkt in niedersachsen oder so sein auf jeden fall er war auch richtig richtig groß dazu muss ich sagen ihr habt im thumbnail gesehen ja ich war relativ später ich war nämlich vorher bei meiner family und braunschweig liegt bei mir dann quasi auf dem weg wieder nach hause und bin dann halt ja auf dem rückweg einfach mal vorbeigefahren es war dann mittlerweile schon um 12 ich habe dann dort auch die gute nikki getroffen liebe grüße an dich checkt sie auch gerne mal ab in ihrem ja sie hat auch einen youtube-kanal und instagram-kanal also lasst gern ein bisschen liebe da ich verlinke sie euch unten in der beschreibung und ja letztendlich war sie so ein bisschen enttäuscht glaube ich weil es war wirklich wirklich voll es war super heiß die stände waren rappelvoll viele viele händler man konnte schlecht unterscheiden ob setzen händler ist oder nicht aber ihr kennt mich ja ich finde eigentlich immer was und letztendlich ja habe ich eine ganze ganze menge gefunden bin sehr zufrieden dafür dass ich quasi so spät wie gesagt es war schon zwölf oder so erst da war und ja ich würde sagen ich zeige euch das ganze mal als erstes habe ich hier zwei plüschies ja ihr kennt ihn das ist der grumpy pikachu sogar noch neu original mit tag ja denke ich ich habe gar keinen verkauften artikel gefunden eigentlich komisch wahrscheinlich mögen die leute lieber den lieben pikachu aber ich denke mal dafür kriege ich bestimmt 20 euro dann diesen hier vielleicht könnt ihr mir helfen ihr könnt mir mal in die kommentare schreiben ob ihr den kennt letztendlich habe ich den nur dazu gebundelt ich zeige euch mal hier unten studio 100 ich dachte halt das wäre irgendwie so ein jahr von einem film oder so aber letztendlich habe ich dazu gar nichts gefunden falls das jemand den jemand kennt ich weiß nicht was das auch genau für ein tier darstellen soll schreibt mir doch gerne mal in die kommentare auf jeden fall habe ich für die beiden plüschies 150 bezahlt und wenn man bedenkt dass das hier noch neu ist dann ja war das auf jeden fall ein super schnapp und ich wollte halt unbedingt bundeln der wollte halt eigentlich ein euro pro stück habe ich gedacht wenn ich zwei nehmen ja hat er mir von sich aus schon 150 angeboten also ja das war auf jeden fall ein schnapper wenn das hier nix ist ist auch nicht so schlimm diese kleine gang habe ich schon gefunden als ich angekommen bin aber ich habe gedacht weil ich kenne diese figuren jemand mit dem ich auch mal ja also der auch reselling machte hatte die nämlich auch schon mal und hat die super teuer verkauft und es war halt so ein händler stand deswegen habe ich mich nicht zuerst nicht getraut gleich am anfang wollte ich nicht so viel geld ausgeben ihr wisst ja wie das ist ich muss auch immer erst in so ein flow kommen auf jeden fall als der flohmarkt also als ich dann quasi auf dem weg nach hause war die letzte runde gegangen bin standen die dinger immer noch da da habe ich gedacht naja dann werden die bestimmt sehr teuer sein aber egal ich hatte schon gut was gefunden und ja habe dann eben gefragt was der händler dafür haben will und dann meinte er ja sechs euro wenn du alle nimmst und da habe ich natürlich nicht lang gezögert zwei euro pro stück ich werde sie jetzt im bundle anbieten letztendlich wurden davon jetzt auch gar nicht so viel verkauft aber ich denke ach so ihr wisst ja vielleicht gar nicht was das für für teile sind die sind aus dem musical könig der löwen ich glaube das habt ihr vielleicht erkannt sind hier original von disney auch und ja letztendlich würde ich die also ich biete halt ein bundle an und ein simba halt einzeln und ja ich denke schon dass ich da meine 30 40 euro für den doppelpack bekommen und eine so eine figur würde ich für 20 euro anbieten habe ich wieder ein paar preise eingeblendet ja ich weiß nicht ob ob das einfach so günstig warum das so günstig angeboten wurde aber ihr wisst ja habe ich schon im letzten video gesagt ihr müsst nicht immer der günstigste sein weil ja wenn ihr gute qualität liefert gute bewertung habt dann ist das wirklich ja das wichtigste eigentlich dann haben wir hier noch zwei tassen klassiker jeweils für 50 cent mitgenommen das hier war auch die erste tasse die ich gefunden habe oder der erste fund überhaupt an dem tag und ja danach lief es einfach wie am schnürchen die tasse mit ia drauf ist auch aus dem disney store das heißt da kann ich auch ein bisschen was verlangen ja ich denke 20 euro pro tasse sollten auf jeden fall schon drin sein ich blende euch hier wieder was ein ja letztendlich wie ich gerade schon gesagt habe ihr müsst nicht unbedingt der günstigste sein um eure sachen loszuwerden bietet einfach gute qualität macht gute bilder wenn ihr möchtet kann ich auch mal ein video dazu machen wie ich meine bilder mache beziehungsweise ich habe da was ganz gute also keine ahnung wahrscheinlich kennen viele von euch das schon aber ja ich benutze eine nice app wenn ihr interesse habt dass ich euch mal das ein bisschen zeige wie ich auch liste und so weiter schreibt mir gerne mal in die kommentare ich verlinke euch mal oben ein video das habe ich ganz zum anfang mal glaube ich gemacht da habe ich schon mal gezeigt wie ich liste aber ja wenn es euch noch mal interessiert kann ich gerne dazu noch mal ein update geben weil ich habe halt ja ganz viel optimiert auch in der zeit nicht bin erst anderthalb jahre dabei und ja da ist natürlich nicht mehr alles so wie am anfang dann auch ja ziemlich zum schluss auf dem rückweg bin ich an einem ja das war wirklich auch ein händler an einem stand vorbei gekommen und ich habe dann mal geguckt und habe ja erst mal dieses batman buch und vor allem hier die gläser davon gibt es auch fünf stück also ihr könnt mir das ruhig glauben ich hatte nur keine lust weil die schon eingestellt sind jetzt alle wieder rauszukramen auf jeden fall habe ich erst die die gläser gesehen und dass das comic da dann habe ich gedacht naja ich frag mal der wollte für alle fünf gläser nur ein euro haben und ach ja wartet mal ich habe noch was vergessen ja nehme ich diesen zauberwürfel für die gläser fünf gläser nur ein euro habe ich gedacht alles klar da kannst du auf jeden fall suchen habe ich den comic noch mitgenommen die sex and the city hat es so eine voll weil sie nicht da sind alle staffeln drin den bärt und den zauberwürfel und letztendlich habe ich für alles glaube ich also pro stück noch mal 50 cent bezahlt ja ich würde sagen es war ein richtiger schnapper der bärt ist ziemlich alt die sex and the city staffel ist komplett der batman comic ist halt auf englisch ist finde ich richtig cool das ist so quasi die jahrzehnte des batman so zusammengefasst so seine größten stories und der zauberwürfel ja ach so und was mir gerade noch einfällt also wenn ihr meinen videos irgendwas seht was euch interessiert weil ich weiß ein paar von euch sammeln glaube ich auch comics und auch so pokémon karten und pokémon stuff und sowas wenn ich da mal sowas habe oder ich habe letztens auch eine tasse jemand hat gefragt ob eine tasse von mir kaufen kann dann könnt ihr mir natürlich auch immer schreiben ich mache das natürlich alles gewerblich das heißt ihr bekommt eine rechnung aber ja wenn ich die ebay gebühren nicht zahlen muss dann ja dann ist das auf jeden fall für mich schon ganz gut und da kann man auf jeden fall einen guten preis machen also schreibt mich einfach auf instagram an gar kein problem was euch gefällt was eure vorstellung ist und wir werden uns da auf jeden fall schon einig denn ich freue mich immer wenn ich die leute halt irgendwie wenn ich irgendwie ein bisschen was zurückgeben kann und ja kommen wir eigentlich jetzt zu meinem jahr lieblingsfund und das ist der willi ja also das ist wieder so eine wärmflasche von feschi und die dame da am stand hat mir gesagt den hatten schon so viele in der hand und so viele eltern haben gesagt sie ihren kindern nein den kaufen wir nicht den gibt es zu weihnachten ja und haben ihn dann aber nicht mitgenommen dann habe ich einfach gefragt was sie dafür haben möchte da wollte sie dann vier euro für haben da habe ich geguckt was ich noch banden kann ihr wisst feschi ist eine gute marke auf jeden fall kann man dann so sind so wärmflaschen überzüge kann man eine wärmflasche reintun und eigentlich das so zum knuddeln finde ich und ja den konnte ich halt einfach nicht liegen lassen habe ich natürlich geguckt was ich noch banden kann sie hatte da ein paar tassen stehen da habe ich mir jetzt eine ja disney tasse und eine janosch tasse rausgesucht und für alles zusammen fünf euro bezahlt das volks vollkommen fein ich habe sogar die janosch tasse die hier hier seht schon verkauft für 12 euro und oder für 15 ich blende euch mal den verkauf hier ein auf jeden fall bin ich damit super fein habe ich alles schon wieder raus die disney tasse wird auch irgendwann weggehen und der kleine kerl hier der wird bestimmt zu weihnachten dann auch wirklich verkauft dann habe ich mich mal an etwas neuem probiert da war so ein stand alles ein euro habe ich dieses puzzle von schmidt spiele mitgenommen liebe grüße an karl falls du das video siehst an der stelle das gerne mal gerade ein kommentar da falls du es gesehen hast auf jeden fall nimmt er immer so eine alten puzzle mit und da konnte ich das einfach nicht liegen lassen 200 teile das lässt sich auch schnell mal eben puzzeln das gleiche habe ich jetzt nicht gefunden dass es schon mal verkauft wurde aber ich denke da sollte ich schon meine 15 euro für bekommen wenn es vollständig ist werde ich einfach mal irgendwann in ruhe puzzeln und ja ich denke das wird ganz gut weggehen ist halt auch finde ich ein super süßes motiv und für einen euro kannst du da echt nichts falsch machen dann habe ich noch für je 50 cent diese beiden spiele mitgenommen das eine hier das ist ein heye puzzle ja das ist so ein spiel ich weiß nicht ob ihr das kennt so ein legespiel wo dann zum schluss diese ganzen karten alle aneinander passen müssen ich weiß nicht ob ihr das kennt auf jeden fall habe ich davon schon mal eins richtig gut richtig schnell verkauft und dieses cash ja 50 cent pro teil und ja da habe ich das einfach mitgenommen letztendlich geht es vielleicht für einen 10er ist jetzt nicht das beliebteste spiel ich habe gedacht wenn cash drauf steht ist vielleicht auch cash drin das war jetzt nicht der fall aber ja nur wer was mitnimmt und guckt das würde ich halt auf jeden fall nicht nochmal mitnehmen aber ich denke irgendwann wird es sich schon verkaufen deswegen mache ich mir da absolut keinen stress und warum es manchmal gar nicht so schlecht ist erst spät auf den flohmarkt zu gehen aber das ist keine generelle empfehlung von mir sondern vielleicht hatte ich einfach nur glück und zwar gerade als ich quasi zum ausgang gegangen bin da hat jemand oder ein händler hat gesagt alles was jetzt noch auf dem tisch ist ist zu verschenken und natürlich sind dann da ganz viele leute hingerannt und naja ich bin gerade zufällig vorbeigekommen habe da einmal geguckt also man hätte noch viel viel mehr mitnehmen können bestimmt aber da war dann halt wirklich eigentlich nur noch schrott ich habe mir dann einfach drei sachen gegriffen von denen ich mir dachte gut die könnten ein bisschen was bringen und zwar einmal hier so eine dies halt noch zielt sonst hätte ich keine vhs kassette mitgenommen eine komplett verschweißte vhs kassette ja die geht gebraucht so für ein 10er vielleicht verschweißt ihr wisst das wird immer rarer immer rarer alles was irgendwie noch original verpackt ist ich habe pipi langstrumpf vhs kassetten für ich glaube 20 euro verkauft die noch original verschweißt waren von daher habe ich die einfach mal mitgenommen werde ich auch so für 20 25 anbieten dann haben wir hier so ein spiel von fx schmidt wie gesagt das war halt eine marke deswegen habe ich die das spiel einfach nur mitgenommen ich kannte das jetzt nicht geht aus so für 10er oder wird zumindest für 10er angeboten und dann zum schluss noch diese cd keine ahnung best of rap und hip hop ja konnte ich jetzt auch nichts mit anfangen habe ich einfach mal mitgenommen dazu habe ich auch gar keinen verkauf auf ebay gefunden und ja aber was halt zu verschenken ist da im geschenken gaul guckt man nicht ins maul oder wie sagt man so schön und da will ich euch kurz noch zeigen wenn ihr mal so sachen geschenkt bekommt so bücher und cds und alles sowas und nicht wisst was ihr damit machen sollt weil ich muss ehrlich sagen es ist sehr mühsam das auch einzustellen bei ebay weil ja ihr kriegt halt teilweise nur paar cent oder so ihr könnt ihr auch immer momox hilfe nehmen ich bin nicht gesponsert von momox momox und dann gibt es noch rebuy glaube ich heißt das das ist dann halt das was ihr bei ebay immer unter medimops glaube ich findet und ja letztendlich ich zeige euch mal kurz wie ich das mache also ihr legt euch das zeugs halt hin dann sowiert ihr die app aus also es gibt zum glück eine app das ist ganz hübsch dann ja scannt ihr den artikel einfach und dann könnt ihr da ja seht ihr dann halt was ihr bei momox bekommen würdet ich denke mir halt okay 15 cent ja das ist jetzt auch nicht so viel aber wenn ihr halt zehn euro zusammen bekommt ich meine mit geschenkten artikeln das müsst ihr euch mal überlegen ich würde halt immer gucken was bringt also wird es bei ebay gut verkauft können natürlich auch richtige kracher dabei sein aber letztendlich ja wenn ihr da genug zusammen bekommt ihr müsst es natürlich als rechnung verbuchen beziehungsweise als einnahme verbuchen wenn ihr das gewerblich macht ihr bekommt dann da auch eine rechnung und so weiter also zumindest ein beleg dass ihr das dahin geschickt habt und aber das bietet sich auch an bei privaten sachen bei schulbüchern ich glaube ich habe früher meine ganzen schulbücher meine ganzen cds und die kaufen auch kassetten an vhs kassetten ja also finde ich ganz nice ist halt wenig aufwand ihr zahlt keine gebühren und manchmal muss man sich halt einfach überlegen nehme ich jetzt die 15 cent sofort oder also ihr müsst halt dann zehn euro zusammen bekommen oder aber lasse ich das ganze ja bei ebay erst mal liegen machen wir die aufwand mit bildern und so weiter also ja das finde ich es eine sehr schöne alternative und vielleicht ist das ja für den ein oder anderen kleiner tipp wenn er sowas mal irgendwo bei ebay klein anzeigen oder so seht dann könnte das ja einfach mal ausprobieren also mein fazit ist es war wirklich also ich kann mich absolut nicht beschweren ich blende euch hier noch mal ein bild ein was ja also noch mal woher das alles im überblick seht ich habe jetzt für alles bezahlt inklusive eintritt das war ein euro eintritt 19 euro 50 es sind glaube ich 25 teile also es war absolut für mich sehr lohnenswert muss ich sagen dafür dass es auch gerade auf dem weg lag ich musste halt nirgends extra hinfahren und ja klar das spritgeld kannst jetzt nicht mit rechnen weil ich sowieso auf dem weg eben von meinen eltern nach hause war und ja ich würde sagen da ist auf jeden fall einiges einiges für meinen shop zusammengekommen lasst mir gerne einen daumen nach oben da und ein abo damit ihr nichts mehr verpasst wenn euch wie gesagt irgendwas gefällt dann schreibt mir gerne auf instagram ich blende euch hier noch mal meinen instagram namen ein ist eigentlich ganz einfach weil der ist genauso wie auf youtube halftime reseller und ich würde sagen dann beende ich das video auch und möchte ich einfach nur noch mit auf den weg gehen geben geht einfach auf den flohmarkt egal welche uhrzeit wenn ihr euch ein bisschen mit verschiedenen nischen auskennt natürlich waren da keine videospiele oder sowas zu finden ganz klar aber letztendlich wenn ihr ein paar andere nischen die vielleicht nicht so beliebt sind kennt und euch da so ein bisschen rein fuchsen wollt dann seid ihr egal zu welcher uhrzeit richtig auf dem flohmarkt und ja das wollte ich euch nur mit auf den weg geben ich wünsche euch noch ein wunder wunder wunderschönen tag und wir sehen uns nächsten montag wieder im nächsten video denkt immer daran the sky is the limit ciao kakao kakao